Ja, die Zukunft zu planen ist gar nicht so schwer und ein Haus zu planen ist immer individuell und vom Kunden abhängig. Ja, unser Büro wird zukünftig in diesem Bereich tätig sein und wir werden so hier in Wolfsburg das erste Büro, was zu 90% online arbeiten wird und damit auch Zukunft gestaltet. Ja, dies ist nur ein Gedanke und auch gleichzeitig ein kreativer und soll zeigen, dass wir in die Zukunft gehen, in die digitale Online-Beratung. Das ist unsere Zukunft, auch von der Gestaltung der Mitarbeit online, in Koordination online und auf Augenhöhe. So planen wir unsere Zukunft, so vernetzen wir uns.